So, 6 von 22 Kobolde. Eine Armbrust, da liegt noch was auf dem Fensterbrett, ein Dino und noch ein Emblem. Ach, da schießt man den Eimer von dort runter. So, den Kobold nehmen wir mit. Können wir was mitnehmen? Wenn ich das Paddler nicht zerstelle, kann ich es anderweitig nutzen. Kann man ja nicht mit einer Pfeile zerfeilen. Was ist das denn? Der Vogelkopf versperrt die Tür. Eine Ritterfigur. Bunter Kristall. Warum brauchen wir drei? Das verzauberte Amulett kann Eisschmelzen. Das sollte ich mir merken. Steve Cooper. Aha. Der Tresor ist mit Holzperl nicht zugestellt. Ich muss sie zuerst zerkleinern. Puh. Das Schloss in das Archivmuseum zu schmelzen. Warte mal, nutze ich das Archivamulett, um das Schloss der Archivtour im Museum zu schmelzen. Was? Archivamulett? Ach das. Das ist denn die Archiv? Na sehr schön. So, hier ist schon mal ein Elefant. Warum wir haben einen Bügel, einen Kleiderbügel. Hier ist einer. So, Glocke. Glocke, 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 Glocke. Eine Glocke. Nehmen wir die Vase zuerst. So. Warum steht denn die Vase immer noch da, obwohl wir sie genommen haben? Maske. Eine Maske. Ein Hufeisen. Das brauchen wir auch. Genau. Eine Maske. Was ist das denn? Das ist eine Tasche. Apfel, zweimal Handschuhe. So, da meinten wir den Ersten. Hier ist... Achso, noch mehr Vasen. Hier ist eine Uhrenschädel. Doof in der Gegend rumklicken. Hilft immer. So, das ist ja auch ein Handschuh. Da ist eine Pistole, die wir noch brauchen. Eine Tabakpfeife. Die ist hier. Immer noch Maske und eine Glocke. Eine Glocke. Eine Glocke. Glocke. Holzschuhe. Mufus, was war das denn? Hm, das war die Maske? Ach, hier liegt eine Krone. Warum nehmen wir uns das Wertvolle mit? Glocke, 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 Glocke. 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 Ach, hier. Eine Glocke. Ja, noch ein Elefant. Was haben wir denn hier? Äh, keine Ahnung. Hier passt ein Schädel rein, würde ich mal gleich behaupten. Die Rune steckt fest, die muss irgendwie hier rausziehen. Er kann das nicht machen, oder? Wegfeilen. Den Rest geht auch nicht. Wir haben jetzt eine Ritterfigur. Zwei Elefanten. So, hier brauchen wir wieder verschiedene Amulette. Hier liegt ein Buch, das wir nicht ansehen können. Das müssen wir zerschneiden. Die Armbrust, da brauchen wir erstmal einen Pfeil. Beziehungsweise ein Bolzen heißt es ja, bei der Armbrust. Ach, den Kobold habe ich gar nicht gesehen. Ach, den Kobold habe ich gar nicht gesehen. Hier haben wir den Kobold ja hochgekriegt. Setzt die Meiken in das Lochkartengerät im Souvenirland. Meiken? Ach, die Meike. Ach, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Jetzt haben wir eine Lochkarte gekriegt. Äh, hier brauchen wir eine Lochkarte. Das ist unglaublich. Es mag schrecklich klingen, doch zum Bau und der Dekoration des Schiffes wurden echte menschliche Knochen genutzt. Die Art, wie die Knochen miteinander verbunden sind, ist auch sehr interessant. Sie sind durch eine unbekannte Methode vereint, wie die während des Vorgangs auch Gold nutzt. Außerdem haben wir noch nicht examiniert, dass das Schiff der Schiff enthalten wird und der Grund der mysteriösen Licht enthalten wird. Die Läge von Eis, die das Schiff entdeckt, ist zu tief und unmöglich zu brechen. Außerdem haben wir noch nicht den Frachtraum des Schiffes und die Quelle des geheimnisvollen Lichts darin untersucht. Die Eisschicht, die das Schiff bedeckt, ist zu dick und lässt sich unmöglich durchbrechen. Das Schiff verbreitet Kälte. Lasst uns hoffen, dass das Eis hier im Museum schmilzt. Noch ein Ritter. Schön, und nun? Nö, die Figuren sind hierfür nicht. Die auch nicht. Können wir die Balken vielleicht wegpfeilen? Nee. Hätte ja sein können. Baumhaus sieht eine Karte auf dem Boden. Aha. Da sollen die Ritterfiguren hin. Auf die Karte im Baumhaus. Und das Baumhaus? Nee, das war nicht hier hinten. Das war hier drüben. So, wo war der andere? Hier. Info. Bringe die Ritter in ihre Städte zurück. In einer Stadt kann sich nur ein Ritter aufhalten. Die Ritter lassen sich nur in leeren Städten verschieben. Nutze zur Lösung den Hafen und zwei Schiffe. Ein Schiff transportiert jeweils einen Ritter und verbleibt im Zielhafen. Ein Schiff wird nur in einen leeren Hafen. Nein, warum ist das so ekelhaft kompliziert? So, warte mal. Der. Hä? Wen kann ich ihn jetzt hier schieben? Na, beweg dich. Hä? Warum kann ich ihn nicht verschieben? Habe ich jetzt hier irgendwo einen Logikfehler oder? Warum kann ich ihn nicht verschieben? Die Fandenfiguren brauchen wir dazu nicht. Ist das mir ernst, warum kann ich die nicht verschieben? Ah. Den konnte ich bewegen. Der ist ja schon mal in der richtigen Stadt. Dann bewegt dich da hin. Obwohl, nee, der muss da noch nicht hin. Der kann nicht ins Schiff rein. Okay. Ach, der da oben ist ja orange. Warum kann ich denn nicht die Ritter in die Schriftführer einschicken? So wie es in der Beschreibung drin steht. Info. Die Ritter lassen sich nur in leere Städte verschieben. Nutze zur Lösung den Hafen und zwei Schiffe. Ein Schiff transportiert jeweils einen Ritter und verbleibt im Zielhafen. Ein Schiff fährt nur in einen leeren Hafen. Ist ja logisch. Aber warum kann ich denn keine Figuren in die Schiffe reinschicken? Oder habe ich jetzt den Logikfehler? Oder ist das ein Bug? Denn ich kann jetzt hier zum Beispiel den Ritter nicht ins Schiff rein schicken. So ist das gemeint. Okay, äh, der muss da hin. Kann der nicht jetzt hier rüber fahren? Eigentlich müsste das rein von der... Von dem hier müsste das eigentlich packen. Hm, jetzt geht's auf immer. Achso, und du musst noch in deine Heimatstadt. So. So. Was zum Teufel ist das denn? Latthammer. Was ist denn ein Latthammer? Haben wir für irgendwas einen Hammer gebraucht? Hm, damit gehen wir nicht raus. Kaputt kriegen wir es auch nicht. Was ist denn ein Latthammer? Das ist ein Zin-Lin-Lin-Latthammer. Das sind Bretter in der Werkstatt. Grube. So. Na, wusste ich doch. Ich wollte nur mal testen. Und das wahrscheinlich schmeißen wir den Hammer da noch wieder weg. 1 Maragd-Amulett. So, jetzt muss ich nur das dazugehörige Eis finden. Oder passt das in die Tür rein? Passt das da rein? Ja. Ah, jetzt kriege ich die Kirche auf. schon wieder Eis. In der Kapelle wartet schon Hehl auf mich. Wartete schon Hehl auf mich. Ich muss auf der richtigen Spur sein. Überall diese Runen drinne. Ein Werkzeugkasten. Wie so oft an diesem Ort offensichtlich der Kiste nicht so lange kein Objekt im Steckplatz eingesetzt ist. Aha. Schlüssel. Oh, hier nehmen wir die Juwelen wieder. Ich kann das... Ich sollte das Wach... Ich sollte das Wach... Ich sollte das Wach... Entfernen. Kann man nicht abfeilen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Der steckt auch fest. Hier brauche ich so ein Teil. Okay. Hier steckt auch wieder was im Boden fest. St. Vielen Dank.